so soll es sein hier ein kampf nach am anderen da oben den dann helpert bereit jawohl nicht mal die klamotten gewaschen verstehst du direkt wieder ein in den nächsten kampf jetzt wollen wir sauber siehst du es war blitz werden wir müssen hier alles immer mal hier an immer nicht vielleicht vielleicht nicht direkt auf die nase so wir halten das aus so und dann nehme ich mal wieder die rumme für dich und dann nehmen wir mal den anderen noch mit jawohl hast du genommen dann nämlich wieder ausdauer mit dieser roboter war jetzt eines das ist schon etwas länger raus jetzt habe ich einen raketen werfer der dann kleine bäumchen verschießt sozusagen also die rakete schießt und dann explodiert sie nähe vom feind und dann heißt die kleine bombe das klingt gut wie das ist ein schönerer planeten ist der selbe oder so ähnlich dasselbe das ist immer wir wollen doch trinken haben so tropen müssen mal gucken das ist dieser neue okay nimmst du ja das ist die übliche wie du willst du bist das was du kennst gut ja auch richtig schießt dann habe ich nämlich auch noch nicht ausprobiert schau mal ich sage immer der schuster und so du bist doch du siehst doch aus wie das ist ja nicht weit weg genau ich laufe davon weg das ist ja sehr praktisch nach hier unten ist irgendwas ist das mit sprengen oder das ganze springer mache ich dann macht man die ganzen stützpunkte klein so munition spritzen wir wollen immer spritzen haben spritzen 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 weil jetzt abgeschüttelt nur ich kann nicht mehr einsammeln perfekt in quasi voll auf war zudem hier und dann gehen wir ein paar stützpunkte aussehen sehr gut habe ich da wollen wir nicht hin warum nicht was ist da los weil dann das ist eine bombe neben dir ja da oder wenn zeichnen position genau oh ja wohl noch einer auch ewig zum nachladen gut wo ist das schiff schauen wir mal wie der raketenwerfer da funktioniert na ich hoffe gut was wollen jetzt los sehr schön versenkt da ist nur gefunden mit einem scheiß flammenwerfer die bombe ja der ist nicht gut mit käfern macht er schon manchmal spaß da gab es letzte persönliche ziel 100 leute 100 oder 100 mit dem ding abzuknallen da kannst du schöne käfer mission und am werfer benutzen ich habe schon die nächste bombe in der hand sollen sie doch kommen die lumpen immer vorbereitet ja 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 richtig richtig immer hier mal weiter das hieber war ist ja sumpfig aus ja das ist der da genehme der vorteil ist wir ja nicht so leicht gesehen aber wir sehen halt auch nicht so viel können uns dann was schöneres aussuchen wieder ja 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 bitte da hinten ist irgendwas großes da wo der scheinwerfer nach oben geht weißt die sonne ne ne da hinten ist noch irgend so was da die richtung da hinten genau da irgendetwas haben wir hier da ist eine maschine gewehr ich habe was neues rausgefunden was denn was du diese dinge aufnimmst ach so ja dann schießen drückt dann schmeißt er die aber ich glaube so nah kommen wir an roboter gar nicht ran oder ja das ist glaube ich eher aber das kann man glaube ich auch mit der munition von der naja wie heißt von der artillerie machen dann so ja da kannst du den bisschen schneller durch die gegend bewegen das war aber jetzt die pfiffen im ohr wo hast du denn den hübschen helm das weiß ich auch nicht da mal jetzt den scheinwerfer meinst du also du kannst ungefähr 40 meter weit werfen jawohl ich bin aber stärker als alle anderen ich kann weiter werfen bitteschön sehr gut sehr gut da rücken wir jetzt einfach durch vor weil der nächste stützpunkt ist direkt dahinter sehr gut nächste nächster schlag ist breit oh was haben wir denn hier restartert er & engagiert super da ja 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 sicher ja flug aber einer oder ist aber immer noch nicht so richtig nur das ding buchst noch es schnell wird noch hatte ich komme nicht ran wo sie steht jetzt davon nicht mehr viel da kommt man die wurde jetzt vier gebraucht jetzt werden sie aber langsam ich glaube ich glaube ich war es nicht schießt auch gegner wird hier in der luft hatte ich ja ein schön grafik fehler hinger einfach nur da an der decke das was gerade die luft geflogen ist lasst mich nicht mit einer artillerie rumrennen ich sag's dir das ist ja warte mal ja was ist das so dass da was da oben glüht ja das ist das geschützt dahinten musst du reinballern wenn du das triffst geht es geschützt im arsch ist schon geschehen ist das schön das ist immer alles selber machen ich brauche mal nachschub moment ich schau mal hier vorne dass uns nichts überrascht ja bitte das sieht gut aus genau was ist denn da noch hat sich ein panzer versteckt war alles wir mögen keine panzer sagt ihnen das hier kannst du dich auch noch voll machen ja machen sie sich voll du war mit deinen versauten sprüchen das ist doch mal eine kindershow oder nee das ist ein spiel für erwachsene tatsächlich also jedes mal den hinweis achtung das spiel ist nur für erwachsen hilfe hilfe also einmal da ist das ist der panzer das da der hat das gleiche wie ach so eine geschützt hat hinten auch so eine heizspule ok 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 auf die man schießt muss aber nachdem er gerade dich beschießt ja ja ich bin hier gern das kaninchen kein problem weiß ich ihm mal eine granate hinten kommt da jetzt haben wir sehr gut nach so was noch mal jetzt hier ist ein mobile weniger also irgendwo in mir ist ja hier ist diese wusste denn ich habe die nächste streubombe in hand weißt du es kann hier ist unser hauptziel gut dann mache ich das daten hochladen ja ich muss jetzt hier stehen bleiben um dieses ding rum ok und die daten noch zu du kannst du musst mich beschützen steht da doch ich liest doch das upload sich beschützen ich liest da so sachen nicht er soll er deswegen diese sehr vor vorsichtshalber wo ist das andere ziel es muss doch noch eins geben das hier habe ich das ist irgendwas glaubt die haben uns nicht bemerkt das ist gerade der vorteil dadurch dass wir alles abzerlegt haben wir sind so weit sagen wir mal das mal gucken ob das was ist stimmt war die stützpunkte platt ich bin bereit es ist ja eine adlerei ist das hier das ist ja ein ganzes adlernest ob sie wo wir schießen hier rum auch mal dabei finden dahin da kommt ein gestoppt kann kann ja ja das ist sogar der artillerie ich wusste doch das sah aus wie artillerie dann schauen wir mal was wir finden haben wir denn hier also die kann man nicht werfen sauer war ist das ist betrug also machen wir noch mal eine weitere für die demokratie gesammelt was haben wir hier unten abhauen ist nicht so toll aber jemand immer mit rauch ist ja auch ein schwachsinn oder napalm willst du dich mitbringen im napalm mit genau jawohl ich buckel wohl liegen ja auch ist ganz dann treffen wir halt nicht so genau doch das ist ja langweilig ist ganz gut wenn du weg werden willst aber wenn du nur kämpfen willst ist das nicht so toll dann drückst du auf den knopf wo 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 hier hier jawohl dann lade ich das ding mal voll fahre hoch oh da hinten kommt ein dicker angerannt ja oh scheiße na digaue was hier los was hier los oh 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 das war ich mir abgehört wir lassen gerade aber direkt nachher und dann stehe ich erstmal rum wie so gestellt und nicht abgeholt ups was ist denn hier schon wieder los ein bisschen freund damit ich merke das schon aber nachdem sie mir daher laufen ich habe kein alles gut das sind mit dem nachladen das dauert halt das werde ich wohl nicht überleben da machen wir mal ein bisschen gas geht die dicken sind durch jawohl so du bist nicht nachgeladen kann ich erfreulich was müssen wir jetzt tun außer überleben wir sind hier schon noch munition das unnötige gemetzeln richtig wer brauchte das schon ja bitteschön einmal auftanken bitte die andere pumpe hat genug munition ja die shotgun ist gar nicht so schlecht also wenn du da richtig hintereinander bist weißt du dann haust du mal so ein dicken weg das ist richtig ein schöner batziger ich lade gerade der seite erwischen können deswegen der ist dann an mir vorbeigelaufen weil auf dich fixiert war dann kann man den roboter unterschätzt schießen sehr gut weiter hinten ist doch schon wieder was zum rein schießen oder ja das krieg doch hin hast du sogar da unten kommt noch was großes das ist gut jetzt direkt auch mehr drauf so das ist ein großes gemeint hier das ist alles klein gematscht oder ist weg machen wir weiter vor jawohl hinten latschen noch ein paar rum ja wir dürfen schon wieder gehen ja das war nur dass einer ist eine potter hier ist was los wenn man das hier noch so rum flackt was ist denn das da für ein riesen dick da hinten kann ich das auch kaputt machen möchte da mal unterstützung nur aber was jetzt sagt es wo ich mein magazin leer geschossen habe ja nicht beim schießen beim öffnen von etwas achso da hinten ist doch irgendwas los da hinten ist was los ich sag mal was rein zack also das punkt zerstört hier müssen wir mal kurz die hände auflegen damit wir reinkommen jawohl da haben wir gemacht will auch eine probe ach pass hier gibt es noch spritzen munition la munition nehmen wir mit antimaterie gewehr aber das ist ein bisschen zu lahm für mich oder interessant ist die das mit antimaterie übersetzen wie heißt das sonst antimateriale jetzt ist schon gefallen warte ich lag kurz nach das fertig das hinkriegen sechs sekunden das trifft die nie kein saft mehr auf der drüse so oder kommen wir noch ein paar dicke angerannt oder noch ich würde vorschlagen wir bewegen uns dann aber erstmal weg ja einfach mal nicht da sein wo der feind einer wartet noch ein abschiedsgeschenk von mir ach das war gut flog jetzt ein paar teile ja das ist so eine schöne cluster bombe für die hand hier steht einer rum wo weiß nicht das ist bestimmt du hast gerade wieder einfach ausgelöscht und dann gehen wir mal da runter was haben wir hier so nicht oder okay eine probe ich mag die cluster bombe nach so jetzt erst mal alles klar oder ich sehe jetzt aktuell kein links ist was da jetzt kannst du einfach an den vorbeilaufen nein machen wir nie wenn dann machen wir hier schon die große sause hoch ist sie das ist wieso sehe ich denn jetzt was ist das schon wieder da kommt irgendwas längst in der steilung genau da kommen nur mehr das ist irgendwas ja was dick ist noch mal besser arbeiten granaten nachladen und späschreiter ich habe dich direkt zu deinen waffen geschmissen ist sehr gut das lob ich mir kannst du noch mal nachschub holen oder so ein bisschen mein kanönchen mein kanönchen behälter nehmen wir mit so was das ding hingeschmissen ach da ok sehr gut so dicke bumme wieder ausrichten bitte genau in die grobe richtung in die ich laufen will da ist schon wieder was oh nicht wenig upsie mal gucken dass wir das hier gut wegkriegen ich habe keine muni mehr was denn das wird scheiß ich hatte doch gerade nachgeladen wie ich geladen habe ist der tod oder ja der kriegt dann von mir schnell eine granate auf die nase so warte mal schritt aussehen oh jetzt habe ich meinen orbital schlag verloren tschuldigung aber der kript jetzt auch was muss auf ja eben darum geht uns ja an das war jetzt so eine scheiße jetzt kommt es aber dicke hier oh der hat mich gleich weg gepustet ja ich bin auch gleich weg bist du irgendwo bist du noch tot bist du da ich bin auch tot ja du bist noch tot warte verdammt jetzt richtig aussehen auch gott hier ist richtig was los hinter uns ist richtig was los was ist da hier ist die rakete gerade her da kommt noch ein dicker von hinter dir ne nicht von vor dir ok kann ich die bitte werfen nein nein ich muss hier noch was dickes werfen und zwar genau dahin genau die stübe das sah doch nicht schlecht aus so ist es aber da kommen immer noch welche macht mal leute da oben ja magazin leer ist es immer es ist immer ein spaß du hast geschummelt was du gerade gemacht hast mein freund na klar hat er geschummelt ich da schön vor mich reinzuschreiben meine küche meine küche wie schmeckt euch die freiheit kann ich den mal bitte treffen den sausack das ist ja echt irgendwie was hier gerade abgeht das ist gerade wieder mal dickfett mit dir ja da hinten kommen noch mehr da gehen wir doch mal ein bisschen pause hier für die jungs mich da glaube ich häufiger mehr selber in die luft als irgendwas haben muss landungsschiffe boah das war ein guter schuss orbital sperrfeuermannflug abstand halten evakuierung verfügbar schicke ein handler rein oi 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 we need steps wir schnitt euch die freiheit was davon mit ich glaube wir müssen da rüber das ding platt machen ja da kommt nicht rundherum weißt du noch mal eine artillerie rein die macht das platt ja hast du die richtigen aus ich hatte schon mal eine hatte vorhin schon mal eine dahin geworfen aber die hat es nicht geschafft die kriegt ein echter klein was ist das denn hier für eine spielerei vor der orbitalschlag an vor der orbitalschlag an vor der orbitalschlag an vor der orbitalschlag an auf alle fälle alles tot das haben wir uns dann aber auch verdient bist du aber ich junge 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 hallo was da los da ist schon der ding stützpunkt ja achtung links ich muss nur noch das loch dürfen schauen ob da noch etwas lebt junge 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 noch mal eben alles durchladen du wir sind sofort achtung große von vorn ich muss kurz die große nachladen das sind ja noch kleine was wir wissen nicht direkt auf meiner nase was kommt da und das position junge 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 war das angenehm da habe ich doch gerade irgendwas gehört kommt hier was ja dass er von hinten kam gerade was da kommen noch mehr andere seite willst du irgendwo nachschub da hat er noch daraus jawoll und da was aktuell ist gut aktuell aber unsere hohe da kommen ein paar dahinten da hin da ja ankunftszeit t-minus eine minute oh oh dick man mein mann diese burschenschaft hier oh oh das ist demokratie aber vom vereinsten habe ich nicht der liegt doch aber war jetzt zack lade ankunftszeit t-minus 20 sekunden ok ab ankunftszeit t-minus 10 sekunden und jetzt sollte was kommen jetzt kriegt man gerade besucht sehr gut bist du noch da ja du bist noch da ja so haben wir nichts wie weg hier da kommen kann das jetzt aus kommen kann ganz am ob schelle grüßte ich habe gar nicht gemerkt dass du gekommen bist also erschienen weg zur freiheit ein weiteres etappenziel erreicht oh wahnsinn leute das sieht doch nett aus sehr hübsch sehr hübsch drei sterne יב ojojojojojojojoj la sagt hamburg das was war profession sich wenn ich einige unterwegs bin das ist so recht ruhig und da hin loin verwerbergblaug und sowie ja nicht erwischen Muse单 Ja, wir müssen ja auch für Actions ringen auf den Kanal, weißt du. Junge, Junge, Junge. So, dann zeig mal die Statistik. Die würde mich jetzt mal interessieren. Eliminierung 189. Oh, du hast ein paar mehr? Ah, ich habe auch deutlich mehr Schöße geballert.